Es war Sonntag. Ich hatte noch 30 Minuten bis zu meinem nächsten Online-Meeting. Ich war nicht ausreichend vorbereitet und brauchte Zeit. Doch ein Kollege schrieb mir am Morgen eine Nachricht. Diese besorgte mich. Er schrieb, woher sollte ich wissen, dass diese verdammte Grenze dicht gemacht wurde? Durchfuhr superschnell einen Kontrollpunkt der Grenzpolizei. Ich wurde aggressiv gestoppt, aus dem Auto gezerrt. Ein Polizeihund fiel mich fast an. Ich bekam eine Anzeige und musste zurück. Habe es woanders über die Grenze geschafft. Der Termin mit dem Kunden war eine Katastrophe. War einiges zu spät. Sorry, ich schaff das alles nicht mehr. Wir sehen uns dann in einem neuen Leben. Was? Wir sehen uns in einem neuen Leben? Was will er damit sagen? Er will sich doch nichts antun, oder? Heute früh erreichte ich ihn nicht. Meine WhatsApp? Sie wurde nicht gelesen und auch nicht empfangen. Ich stellte meine Vorbereitungen jetzt hinten an und rief ihn noch einmal an. Er hob ab. Zum Glück. Wir könnten reden und es war alles im Rahmen. Ich denke, das ist eine typische Reaktion auf eine Misshandlung, Aggression. Und mein Meeting? Es ging alles Punkt für Punkt durch. Die anderen waren meistens gemutet. Also ich kann nicht sagen, ob ich hinüberbrachte, was mir wichtig war. Ich wollte auch nicht mehr nachfragen. Und war auch nicht ganz so bei der Sache. Die Situation mit meinen Kollegen beschäftigte mich. Jetzt war sie da. Eine Ärztin, welche positiv den politischen Maßnahmen gegenüberstand. Welch großartige Gelegenheit. Und das Beste, dieses Gespräch ist privat und vertraulich. Die Maske war gefallen. Ein 45 Jahre alter Mann verstarb ihr an Corona. Es ging so schnell. Das war ein Schock. Jedenfalls, sie ließ sich schon impfen. Sie empfiehlt auch jeden, sich impfen zu lassen. Ihr Körper reagierte auf diese Impfung etwas übersensibel. Aber das ist ganz selten. Und sie kennt das von sich schon von anderen Impfungen. Die zweite Teilimpfung wird sie nicht nehmen. Corona ist für viele ein großes Risiko. Die Impfung ist für viele auch ein Risiko. Jeder muss das für sich selber abwägen. Ob für oder dagegen. Ob er das nimmt oder nicht. Voraussetzung natürlich ist, dass genug Informationen und Fakten vorhanden sind. Ja, meistens wird es doch eine eher emotionale Entscheidung sein. Ja, sie erlebte durch die Maßnahmen auch eine unnötige Einschränkung. Das verunmöglichte ihr einige Zeit, dass sie auf der Corona-Station ihren Dienst verrichtete. Mit einem Schreiben informierte sie das Ministerium über ihre etwas seltsame Situation. Und eine Antwort kam. Wir haben das alles leider noch nicht so tief durchgedacht. Ja, wir fragten uns gemeinsam nach der Exit-Lösung. Nach dem endgültigen Hinauskommen aus dieser Situation. Also die Impfung ist nicht die Lösung. Das Virus wird bleiben. Und das Virus wird sich auch in Zukunft noch verändern. Es gibt kein Ende der Maßnahmen bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Maßnahmen beendet werden. Und Fakt ist, das Leben war, ist und bleibt tödlich. Es war der 23. August 1973 in Schweden. Die schwedische Kreditbank wurde überfallen und vier Geiseln wurden festgehalten. Sie waren der Schutzschild, um die Polizei fernzuhalten. Die Geiseln hatten große Angst. Und sie verbrachten ganze fünf Tage in ungewollter Gesellschaft. Wir kennen den Zeitpunkt und die Ursache nicht genau. Aber auf einmal empfanden die Geiseln die Polizei, welche sie befreien wollte, als Bedrohung. Und sie solidarisierten sich mit ihren Entführern. Möglicherweise gab es irgendwann für die Geiseln Lockerungen und Nettigkeiten. Auch nach Beendigung der Geiselnahme empfanden die Geiseln keinen Hass. Sie waren ihnen sogar dafür dankbar, freigelassen worden zu sein. Zudem baten die Geiseln um Gnade für die Täter und besuchten sie im Gefängnis. Für dich ergibt das keinen Sinn? Du hast nicht durchgemacht, was sie durchgemacht haben. Noch nicht. Vor einigen Wochen oder sind es schon Monate war ich mit Freunden zusammen. Mir ist entfallen, ob diese Zusammenkunft zu dieser Zeit gerade wieder erlaubt war oder auch gerade wieder verboten. Vielleicht war es kurz nach einer Lockerung oder kurz davor. Wie auch immer. Wir hatten eine gute Zeit. Und dann geschah es. Ich weiß nicht mehr, wie es dazu kam. Möglicherweise nannte jemand unbedacht ein bestimmtes Wort. Plötzlich war das Thema Maßnahmen auf dem Tisch. Wir begannen zu diskutieren und Emotionen kochten hoch. Meinungen wurden ausgetauscht und die Stimmung kippte. Ich merkte nach einer Zeit, wie eine empfindsame Seele am Ende des Tisches verstummte und scheinbar am liebsten weinend und schreiend davonlaufen wollte. Da verstummte nun auch ich. Ich beobachtete die Szene. Nach einer Zeit sagte ich bestimmt, aber klar. Stopp! Wir hören nun sofort auf, über dieses Thema zu sprechen. Ab sofort leugnen wir Corona. Es war für uns alle nicht sehr einfach, sich an die von mir gerade verfügten Corona-Maßnahmen zu halten. Aber wir schafften es. Wir konnten uns alle disziplinieren. Die gemeinsame Zeit war sehr ermutigend. Und immerhin haben wir den Vorteil, dass wir alle überzeugt sind, dass Jesus damals tatsächlich vom Tod ins Leben zurückkam und lebt. Das gibt uns natürlich allen Mut und wir haben eine Hoffnung. Ja, Fakt ist, das Leben ist zu schön und zu reichhaltig, um darauf zu warten. Du hast es in der Hand. Stopp! Corona! Jetzt!